Das Wichtigste so oder so ist, Sven, wir müssen den Menschen da draußen klar machen, dass das Ding so revolutionär ist für sie, dass das wirklich was ist, wenn sie sich dieses Webinar, diesen Workshop nicht ansehen, dann verpassen sie die Möglichkeit, wie sie wirklich passiv, erstmals wirklich passiv Geld verdienen können. Also das ist das, was aus dem Video auf alle Fälle rauskommen muss und ich werde versuchen, alles zu tun, weil schlussendlich geht es darum, dass sie das verstehen, dass sie verstehen, dass diese Stunde an einem Sonntagabend eines der besten Investments ist, was sie jenen im Leben machen können und das werde ich versuchen rüberzubringen. Absolut. Na gut, wir legen mal los. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wer hätte das denn gedacht, dass es hier mal wieder ein Video gibt, aber es ist einfach zu krass, was ich entdeckt habe, es ist zu krass, was in den letzten Wochen passiert ist. Ihr wisst, ich bin immer Sachen auf der Spur, die früh auftauchen und KI taucht gerade einfach auf und mit KI kannst du einfach so wahnsinnig viel, ja du, auch du selber, auch wenn du sagst irgendwie, Ja, wie soll ich denn eine KI, eine künstliche Intelligenz programmieren? Mit künstlicher Intelligenz kannst du selbst so viel Geld verdienen, da schlackerst du mit den Ohren. Und wie das geht, das möchte ich dir heute in diesem Video präsentieren und dazu habe ich einen Gast reingeholt, einen sehr langjährigen Freund. Hallo, lieber Sven Hansen. Ich habe Sven Hansen und Tommy Seewald kennengelernt vor vielen Jahren, vor über zehn Jahren. Warum? Weil ich genauso wie ich 2013 Bitcoin entdeckt habe. Und wie ich 2021 NFTs entdeckt habe, so habe ich halt vor, ich glaube, zwölf Jahren Online-Marketing für mich entdeckt. Und wenn du dich mit Online-Marketing beschäftigst, dann bist du damals schon an Tommy Seewald und Sven Hansen nicht vorbeigekommen. Und wir haben uns angefreundet und haben jetzt was gemeinsam an den Start gebracht und darum soll es heute gehen. Es geht um Funky Tools. Sven, erzähl mal, was wir da so in der Pipeline haben. Ja, vielen Dank. Erstmal hallo an alle. Ja, was haben wir in der Pipeline? Also was haben wir in der Pipeline? Wir haben in der Pipeline oder was haben wir uns überlegt, besser gesagt? Wir haben Funky Tools zusammen gestartet, so gesehen. Und was ist Funky Tools? Wir kennen uns, wie gesagt, Mike hat da schon erzählt, wir kennen uns schon sehr lange. Wenn wir zusammensitzen, haben wir immer eine Menge Spaß, also eine Menge Fun. Dafür steht das Fun. Das KI steht für künstliche Intelligenz und Tools natürlich für Tools. Mike ist ein Mensch, den wir kennengelernt haben, der immer und überall einen guten Riecher hat für gewisse Dinge. Also er weiß immer, okay, wann muss man irgendwo einsteigen, wann geht irgendwas nach oben. Er wusste, das ist bei Bitcoin, er hat bei NFTs uns immer damals erzählt, geht da rein, geht da rein, geht da rein. Ich weiß noch, wo du mir erzählt hast, die Bored Apes da, ich weiß noch, es war vor, keine Ahnung, bei der Mastermind, da sagt er mir, ich kaufe gerade für 1800 Euro 10 von diesen Affenbildern. Und ich damals habe gesagt, warum, also da hast du mir das versucht zu erklären und ich bin da nicht reingegangen und das ist halt steil, steil, steil berg nach oben gegangen. Und da hat Mike ein gutes Händchen für und wir haben uns dann zusammengesetzt oder Mike hat gesagt, Jungs, KI, das ist das nächste große Ding. Da wird was entstehen. Da kommt eine Sache, KI kommt jetzt auf uns zu, wir sind noch ganz am Anfang. Können wir da irgendwie gemeinsam irgendwas machen für die Leute da draußen, damit sie die künstliche Intelligenz intelligent nutzen können? So, so sind die Funky-Tools entstanden, weil wir sind Online-Marketer, wir beschäftigen uns nur um Software, wir haben schon verschiedene Software-Tools nach draußen gebracht, wir machen Marketing für Personenmarketing, wir machen einfach nur Online-Marketing. Und unser Steckenpferd ist das, Mike ist derjenige, der eher so diese kreative Ader, dieses mit den Investment und so diesen Riecher hat und so ist es zusammengekommen, würde ich sagen. Und was wir daraus gezimmert haben, sind verschiedene Tools. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass das erste Tool kommt. Und das erste Tool ist in meinen Augen auch einer der krassesten, intelligentesten Tools, die wir sowieso in der Pipeline haben. Da kommt sehr, sehr viel geiler, geiler Kram auf euch zu, ja wirklich. Also es hat immer alles was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Wir nutzen immer etwas, was es vielleicht schon gibt und nehmen die künstliche Intelligenz dazu, damit alles viel einfacher geht und damit man heutzutage einfach sich passive Nebeneinkommensströme aufbauen kann oder auch sein aktives Business, was man hat, extrem hoch steigern kann. Und die Software, die jetzt kommt, ist Funky Blog. So. Und was kann Funky Blog oder was ist Funky Blog? Das ist eigentlich, ich versuche es immer an einem Beispiel zu erklären, da können wir vielleicht kurz reingehen. Und zwar, ich sage immer, das sind digitale Immobilien. Tommi und ich zum Beispiel haben vor acht Jahren oder so meine Webseite ins Leben gerufen. Da haben wir insgesamt ca. 18.000, 20.000 Euro rein investiert in Artikel, die auf dieser Webseite dann sind und die bei Google ranken zu verschiedenen Keywords. Stopp, stopp, stopp. Was heißt für die Menschen da draußen, ranken zu Keywords? Ich kann kein Französisch, deswegen erklär es mir bitte. Genau, ich kann es kurz erklären. Also, du hast eine Webseite und die beschäftigt sich mit dem Thema, sagen wir mal, Hunde, rund um Hunde. Und dann gibt es Menschen, die auf Google gehen und nach etwas suchen. Also, sie gehen da hin und sagen zum Beispiel, das beste Hundefutter. Das ist die Suche. Das Keyword ist jetzt das beste Hundefutter, so gesehen. Also, was ist das beste Hundefutter? Das ist das Keyword. Also, ein Wort oder ein Begriff oder eine Sammlung von Worten. Eine Wortphrase, die sie eingeben bei Google. Ah ja, okay, okay. So, das ist das Keyword. Und das Ranken bedeutet, desto weiter oben du bist, desto höher rankst du in Google. Und desto mehr Besucher bekommst du natürlich davon. So, und was man dafür machen muss, ist Suchmaschinenoptimierung nennt sich das. Man muss dafür sorgen, dass seine Artikel perfekt zu diesem Keyword dann, so gesehen, so gut wie möglich nach oben kommen. Und das musste man entweder dadurch machen, dass man, also es war immer so, man musste immer eine Webseite aufbauen, einen Blog aufbauen. Und entweder hast du dich jetzt herangesetzt, hast eine Keyword-Recherche gemacht. Das heißt, du hast geguckt, zu welchen Keywords wird denn wie oft gesucht. Man kann das nämlich auch sehen. Wie oft sucht jemand nach diesem Hundefutter oder nach Hundefutter, was ist das Beste und sonstiges. Und dann haben sie eine Keyword-Recherche gemacht und danach haben sie dann ihre Artikel geschrieben oder eingekauft. Wir haben die damals eingekauft, haben Geld investiert, diese Webseite ist online und zu verschiedensten Keywords sind wir jetzt bei Google auffindbar und die Leute kommen auf die Seite, klicken auf der Seite auf Links und gehen dann auf eine Seite und kaufen etwas. Und wir kriegen eine Provision, das nennt man Affiliate-Marketing. Das haben wir bei unserer Seite jetzt. Also das ist unsere Seite, die wir damals mal vor acht Jahren ins Leben gerufen haben. Wie gesagt, 20.000 investiert, die macht jeden Monat ein Tausender mindestens mal. So. Das heißt, nach eineinhalb Jahren sind die Kosten, die aber damals hoch waren, schon drin gewesen, ne? Ganz genau, ja, ja, genau. Wie machst du das heute? Musst du heute immer noch 20.000 Euro in die Hand nehmen? Ne, überhaupt nicht. Also du musst ab und zu mal ganz, ganz bisschen so nacharbeiten. Mal so ab und zu mal einen Artikel nachlegen, mal ein bisschen Backlinks nachkaufen, nennt sich das so. Das ist aber ganz, ganz low budget, ne? Also da brauchst du nicht mehr viel machen. Aber wenn du jetzt heute so eine Seite machst, nimmst du da auch wieder 20.000 Euro in die Hand? Oder gibt es da eine Software dafür? Da gibt es ja jetzt eine Software dafür, ganz genau. Ja, dann sind wir jetzt mit Funky Blog, unser erstes Tool, nämlich an den Start gegangen. Denn das ist das Erste, genau. Das ist die erste künstliche Intelligenz, die wir gebaut haben. Was kann das Tool? Ich mach das mal ganz kurz. Damit die Menschen es auch verstehen. Und wie mächtig. Also, nochmal, ich muss aber kurz zurück. Digitale Immobilien, warum? Weil ich sage, wir bringen eine Webseite, die ist online, die steht da und die verdient monatlich Geld. Das ist wie, wenn du eine Immobilie kaufst. Die steht da und die bringt dir monatlich Geld, wenn du sie vermietest. Mieteinnahmen, ja. So, das ist für mich eine digitale Immobilie. Und wir haben dafür gesorgt, dass du weder deine eigene Zeit in diese Artikel stecken musst, noch dass du Geld in diese Artikel stecken musst. Das bedeutet, unsere künstliche Intelligenz übernimmt das für dich. Und sie übernimmt nicht nur das Schreiben für dich, sie übernimmt auch Keyword-Recherche. Dann übernimmt sie die, sie sagt dir ganz genau, bei welchem Keyword ist es denn jetzt ganz einfach, bei Google reinzukommen. Also, wo ist es richtig simpel und wo ist es eher schwer? Dann nimmst du einfach ein simples Keyword, was zum Beispiel 2000 Suchanfragen hat im Monat und sagst einfach, zu diesem Keyword hätte ich jetzt gerne einen Artikel. Dann wird sich diese künstliche Intelligenz hinsetzen, wird für dich Bilder erschaffen, wird für dich den Artikel schreiben und wird dir dann sagen, so und so hoch ist dein Score. Wir haben diesen Score bis 100 gemacht. Wie gut rankt dieser Artikel jetzt ein, so gesehen? Also, wenn er bei 100 ist, ist optimal. Der Artikel wird geschrieben von der KI und ab diesem Zeitpunkt ist es halt so, dass man sieht, okay, mein Artikel hat den Score 70. Das heißt, du kannst noch 30% rausholen und die KI sagt dir aber ganz genau, was musst du jetzt noch an Kleinigkeiten ändern, damit das Ding auf 100 geht. Und dann ist das Ding auf 100. Und zwar wirklich auf den 100, wo jedes Suchmaschinenoptimierungstool arbeitet. Also, wir arbeiten nicht anders als die, sogar eher noch ein bisschen besser in meinen Augen. Nur, damit ich es wirklich ganz verständlich machen kann. Wir bleiben mal bei dem Hunde-Seiten-Beispiel. Du willst jetzt eine Hundeseite machen. Dann fragst du Funky Blog, hey, was wäre denn gut der erste Artikel zum Thema Hunde? Dann sagt Funky Blog, na ja, bestes Hundefutter könntest du zum Beispiel ranken. Dann sagst du, ah, okay. Dann sagst du, hey, Funky Blog, schreib mir einen Artikel zu bestes Hundefutter. Dann weiß Funky Blog, dass um ein Hunderter-Ranking zu kriegen bei Google, muss zehnmal der Begriff bestes Hundefutter drin sein. Der Artikel muss sehr hilfreich sein zum Thema bestes Hundefutter. Der Artikel muss hier eine Überschrift, hier eine Unterüberschrift haben, muss in dem Teil einmal bestes Hundefutter, in dem Teil, im zweiten Drittel, im dritten Drittel, einmal bestes Hundefutter. Und dann müssen Bilder drin sein, die ansprechend sind. Und das alles macht Funky Blog vollautomatisch, sodass du am Schluss nur noch auf den Knopf drückst, veröffentlichen. Ja. Und dann ist die Webseite on. Ja. Und dann wird es ganz interessant, weil so eine Webseite, die ist dann on 30 Tage, 60 Tage. Und das Geile ist, die ist wie ein guter Wein. Wenn du heute von einem Top Wein eine Flasche 2023er Jahrgang kaufst, ist die günstiger als eine Flasche von 1954. Und wenn du diese 2023er Flasche günstig kaufst und sie in den Keller legst, also in Anführungszeichen, die Seite on stellst, dann kannst du dich hinsetzen und warten, ein paar Wochen, ein paar Monate und ein paar Jahre später wirst du immer noch mehr damit verdienen, weil sie reift wie ein guter alter Wein. Und das ist halt immer das, was ich sehr faszinierend finde, wo du einmal Arbeit machen lässt, nicht selber machst, und zwar von der KI, von der künstlichen Intelligenz, und das hinlegst und dann wird Geld verdient, Geld verdient, Geld verdient, und zwar Tag und Nacht. Weil auch um 3 Uhr morgens sucht jemand, der in Deutschland, Österreich oder Schweiz nicht schlafen kann, nach bestes Hundefutter. Und ja, wenn du sagst, ich bin international und mache alle meine Seiten in Englisch, das macht Funky Blog auch. In jeder Sprache, in der du sie haben willst. Sogar in deiner Sprache. Denn du kannst Funky Blog damit beauftragen, zu sagen, schreibe bitte so, wie ich spreche zum Beispiel. Also in meinem Stil, in meinem Schreibstil. Und dann würde Funky Blog das in Sven Hansen Schreibstil machen oder Mike Hager Schreibstil. Das heißt, du kannst von dir Texte hochladen, so wie du sie tippen würdest, schreiben würdest, und dann lernt Funky Blog deine Sprache sprechen, so gesehen. Zum Beispiel, bei mir wäre es ganz einfach, ich müsste einfach nur ein paar Seiten von einem meiner Bücher hochladen. Weil jemand, der meine Bücher schon mal gelesen hat, weiß, ich habe eine ganz eigene Art zu schreiben. Und diese Art zu schreiben durchblickt die künstliche Intelligenz, weil es eben eine künstliche Intelligenz ist, sofort und kann in diesem Stil Artikel für meine Seite schreiben. Also das Ding ist schon, ist wirklich ein Wunderwerk und das Geile ist, das ist nur die Spitze des Eisbergs. So sieht es aus. Das Ding heißt ja Funky Tools. Und Tools sind Werkzeuge. Und was hier für dich gemacht wird, ist ein Werkzeugkasten. Und das erste oben links ist der Hammer. Weil Hammer brauchst du mal für alles. Und der Hammer ist Funky Blog. Nur dieser Werkzeugkasten wird sich in den Monaten immer noch weiter und weiter führen. Und du wirst einen Werkzeugkasten zur Verfügung haben, mit dem du in allen Bereichen online komplett durch die Decke gehst. Absolut, absolut, genau. Und damit ihr es versteht, du bringst einfach tagtäglich einen weiteren Artikel, dann wieder den weiteren, dann wieder den weiteren, dann wieder den weiteren. Und dieses Wachstum von der Webseite wird immer größer sein. Es wird immer mehr Besucher auf diese Webseite kommen. Das heißt, die Webseite wird auch immer mehr Geld für dich verdienen können. Und das wird halt, wie gesagt, wie Mike schon sagt, das ist passiv Tag und Nacht. Und jetzt kommt eine Sache, du musst das ja nicht als Affiliate für dich nutzen. Wenn du ein eigenes Business hast, egal welches, es gibt ja zu jedem Ding da draußen Suchanfragen bei Google. Also, bin ich ein Coach, bin ich ein Markisenhersteller, habe ich eine, keine Ahnung, habe ich irgendwo eine Tankstelle, es ist ja egal. Besucher auf der Webseite, die zu gewissen Keywords Suchen sind mega wertvoll erstens, weil du ja genau weißt, mit welcher Intention kommen die auf deine Webseite. Du weißt ja, was er gesucht hat dann so gesehen. Und diese lassen sich halt sehr, sehr gut monetarisieren. Also, daraus lässt sich sehr, sehr gut was schöpfen und du kannst daraus Leads schöpfen, du kannst daraus Direktverkäufe schützen, du kannst daraus damit Affiliate-Marketing machen. Bloß, diesen Traffic, den solltest du nicht vernachlässigen oder besser gesagt, den solltest du, wenn du ihn noch gar nicht nutzt, anfangen aufzubauen. Bei uns ist es so, wir haben sowas nur immer mit Affiliate gemacht. Jetzt mit Funky Blog bauen wir auch für jede Marke, wo wir vielleicht noch im Hintergrund Marketing machen, Blogs auf, um einfach diesen Mehr-Traffic natürlich auch zu monetarisieren. Also eine Marke, die 100.000 macht im Monat, macht dann auf einmal 125.000 im Monat vielleicht nach einer gewissen Zeit. 25.000 Euro ohne einen einzigen Cent Mehrausgabe, Reingewinn in der eigenen Tasche. Wer will das nicht oder wer will das nicht machen? Ja, und stell dir das einfach mal vor. Stell dir vor, dein Thema ist, bleiben wir einfach mal bei Hunden. Du gehst jetzt jeden Tag her und das dauert keine 10 Minuten und machst einen Artikel jeden Tag. dann hast du einen Artikel, auf den am Anfang drei Menschen draufkommen. Dann kommen irgendwann fünf Menschen drauf. Dann kommen zehn Menschen drauf. Weil je länger der Artikel on ist, desto besser wird der bei den Suchmaschinen gerankt. Und jetzt wirfst du jeden Tag schickst du ein neues Pferd ins Rennen. Jeden Tag 10 Minuten mit Funky Blog ein neuer Artikel. Ganz easy. Du wirst nicht mal 10 Minuten brauchen. Und jetzt machst du nach einem Monat hast du 30 Artikel und du schaust immer mehr. Nach was kann ich ranken? Auf was kann ich ranken? Und jetzt kannst du Artikel schreiben dazu, dass du Hundefutter vielleicht online verkaufst. Jetzt kannst du aber auch Artikel schreiben, die zu jemanden, der Hundekurse anbietet, Menschen hinschickt, die dann die Hundekurse kaufen. Oder du bietest vielleicht sogar selber Kurse an oder machst eine Vermittlung für jemanden, der mit Hunden Gassi geht in München. Oder Hundeschule. Oder Hundeschule. Und du machst einfach jeden Tag einen neuen Artikel. Und nach einem Monat, nach zwei Monaten wächst es, wächst es, wächst es und irgendwann geht das exponentiell. Und das Ganze nur, weil du mit Funky Blog die Möglichkeit hast, dieses Business zu skalieren. Weil du eben nicht für einen Artikel fünf Stunden sitzt, um den zu schreiben, dann schaust, okay, wie oft müssen die Keywords da drin sein, wie muss der gestaltet sein, was kaufe ich denn da für Bilder noch dafür, dass Google sagt, hey, da sind schöne Bilder drin. Das alles machst du mit Funky Blog fast vollautomatisch. Und das ist wie Training. Wenn du jeden Tag ein bisschen deine Pumpe trainierst, dann wirst du einfach lange ein sehr gesundes Herz haben. Und hier ist es, wenn du jeden Tag in dein Business oder dein Affiliate-Business oder deine Seite, hey, und übrigens, du kannst ja nicht nur eine Hundeseite machen, du kannst ja noch zehn weitere Seiten aufbauen. Du baust dir ein Business auf, mit dem du nach und nach auf ein so hohes passives Einkommen drauf schaust, dass du irgendwann wahrscheinlich nicht mal mehr arbeiten gehen musst, sondern das deine ganze Arbeit ist und ich garantiere dir, diese Arbeit wird noch sehr viel interessanter, weil wir werden noch Tools liefern, mit denen du YouTube machen kannst, mit denen du Podcast machen kannst, mit denen du in deinem Business auch noch schneller und smarter machen kannst, mit Funky Block, dem ersten Schritt zu Funky Tools, wirst du dir ein Business aufbauen können, mit sehr wenig Aufwand und sehr hohen Gewinnen, und zwar passiv. Genau, und nochmal zum Immobilien-Ding, eine Immobilie, die musst du kaufen, damit du so 1000 Euro dann so gesehen Mieteinnahmen bekommst. So, diese Immobilie kostet ja im ersten Moment auch erstmal Geld, das ist ja, die ist ja nicht umsonst. Und zwar ein paar 100.000 Euro. Genau, so eine, wollte ich ja sagen, eine Immobilie, die die 1000 Euro im Monat bringt, was kostet so eine Immobilie? Es ist ja standortabhängig, völlig unterschiedlich, aber wo ist man da? Halbe Million in München, ganz einfach. Wenn du 1000 Euro Mieteinnahmen willst, dann brauchst du ungefähr 50 Quadratmeter a 20 Euro pro Quadratmeter Miete und für 50 Quadratmeter in München, du zahlst 10.000 Euro für einen Quadratmeter, bist du bei 500.000 Euro, die du erstmal brauchst und formierst, dann kannst du noch sagen, ja, aber ich kann ja 20 Prozent nur nehmen und den Rest mir von der Bank holen, dann bist du aber immer noch bei 100.000 Euro. Alles gut, aber wir nehmen jetzt mal einfach, du musst 500.000 Euro investieren, ob es dein Geld ist oder nicht. Wenn ich eine Webseite dann damals, wenn ich eine Webseite machen sollte, die bei 1000 Euro ungefähr nebenbar ist, wie unsere, die ein bisschen mehr macht sogar, aber ungefähr 1000, so rund um die 1000, waren es 20.000 Euro. So, schon mal weniger. Mit Funky Blog ist es nicht mal ein Zehntel davon. Du, also wirklich, das ist lächerlich und dann setzt du diese Webseiten online, so, eine Immobilie kannst du wieder verkaufen, klar, kriegst du auch wieder gutes Geld dafür, so eine Webseite übrigens kannst du aber auch verkaufen. Wenn eine Webseite 1000 Euro im Monat macht, da gibt es Börsen bei Facebook und überall gibt es Verkaufsbörsen für diese Seiten. Eine Webseite, die 1000 macht, da kriegst du einen 5-stelligen Betrag für. Das ist so. So, und das heißt, du baust dir nicht nur Cashflow auf, du kannst auch schnelles Cash, falls du das brauchst, da rausziehen, wenn du Bock drauf hättest. Du kannst deine digitale Immobilie zwischendrin auch verkaufen. Ganz genau. Und eine neue bauen, denn du weißt ja jetzt, wie es geht, in Klammern, du musst nicht wissen, wie es geht, weil die KI weiß, wie es geht und macht es für dich. Und du weißt, wie es funktioniert und du weißt, dass es funktioniert. Also, genau. Und am 7. werden wir das das erste Mal vorstellen. Und eine Sache will ich nur vorneweg nehmen. Sonntag, 7. April, merken bitte. Sonntag, 7. April, 19 Uhr, wird das erste Mal vorgestellt. Dann wird es wahrscheinlich noch zwei, dreimal danach mehr Termine geben. Wissen wir aber noch nicht genau, aber jetzt eine Sache, jetzt schon vorneweg, weil ich weiß, die Frage kommt jetzt schon. Im Hinterkopf, alle haben diese Frage schon im Hinterkopf. Also, erstens, preismäßig ist das geistesgestört, was wir anbieten. Das wissen wir auch, das wollen wir aber für die ersten User auch machen. Das heißt, wir wollen auch die ersten, die reinkommen, belohnen, so gesehen. Das wird komplett krank. Und jetzt kommt eine Sache hinzu, für die Leute, die jetzt denken, ja, aber ist ja schön, wenn ich das Tool habe und ich kann damit jetzt diese Webseite bauen, aber ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Da wird eine Schritt für Schritt Komplettanleitung drin sein, mit einem Kurs, der dir auch sagt, worauf musst du achten, wie arbeitet diese KI und so was, das haben wir alles mit dabei. Das heißt, du hast da, das ist auch egal, ob du sowas noch nie gemacht hast, wirklich, noch nie gemacht, du wirst es damit können. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn nicht, wenn nicht, dann hast du, dann, also dann, dann, weiß ich nicht, dann kann man auch keine Autotür zumachen, so gesehen oder so. Wenn nicht, gibt es nicht. Also das wirklich, eigentlich nicht, dieses Tool, ich habe es ja selber ausprobiert, dieses Tool, kannst du deiner 80-jährigen Oma hinlegen und auch die wird es hinkriegen. Kurze Sache dazu, wenn Mike das schafft, schafft es jeder. Und ich habe es, ich habe es auch geschafft. Also das ist wirklich, jetzt am Sonntag, 7. April, 19 Uhr, kostenfreier Workshop. Hier drunter ist der Link für die Eintragung. Ich kann dir nur eine Sache sagen, trag dich ein. Es wird eines deiner besten Zeitinvestments sein, die du jemals in deinem Leben gemacht hast. Schau es dir an. Du wirst so viel lernen und so viel für dich mitnehmen und du wirst die Möglichkeit haben, für dich ein monatlich, Tag und Nacht wiederkehrendes, langfristiges, passives Einkommen aufzubauen. Und das sollte dir wirklich unbedingt eine Stunde deiner Zeit am Sonntag wert sein, weil in dieser Stunde wirst du so viel mitkriegen, wie du wahrscheinlich in den letzten drei Jahren nicht mitbekommen hast. Also hier drunter ist der Link. Klick drauf. Ich sage vielen Dank, Sven, dass du mit reingekommen bist. Das freut mich total, wieder mal ein Video auf meinem Kanal gemacht zu haben. Und ich freue mich auf unseren Workshop am Sonntag. Das machen wir gemeinsam. Und das wird ein cooles Ding. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Yes. Ja, alterchen. Ganz ehrlich. Also ich glaube, das ist eines der krassesten Produkte, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also